ARD Text im Auftrag von Funk Na, sie hätte schon über Nacht bleiben können Andi, bitte Die zwei sind seit zehn Jahren verheiratet Das ist schon faden Na, nehmen wir noch einen Klar, einen haben wir immer noch drunken Schliebel 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 Der brennt doch nicht, bitte Nein, ich nicht Nur wegen meinen Nagen, weißt du Und, hast du schon wieder was Neues? Auf deinem Spielzeug? Nein, nichts Besonderes Ein Musikerkennungsprogramm Hat das schon jeder Außer dir Musikerkennungsprogramm Wie läuft es eigentlich mit der Karin und mit dir? Arbeiten tut es halt wieder Habt es jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen Das letzte Mal Ja, eh da Wie wir gemeinsam nach Ägypten gefahren sind Schön war das Tja Trink mal noch einen? Ja, bevor ich mich schlagen lasse Dieses Musikerkennungsprogramm Das ist eine super Sache Wenn du im Radio ein Lied hörst Hältst du das Gerät einfach hin Das sucht es Speichert es ab Und du kannst es gleich im Internet kaufen Das Ding erkennt, was für Luther spielt Ja, da Sagt dir das Ding auch an der anderen Schau aus der Zeit Na, so weit ist die Technik noch nicht Und, wie schmeckt dir das Ligo? Wunderbar Wunderbar Wieso? Weil ich was reingemacht Schon beim ersten Mal Ja, klar Ein Sliver Oder Vielleicht ein bisschen mehr wie Acker Ja Na Na Nervengift 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 Findest du das witzig? Na Witzig find ich das nicht Ich versteh das nicht Das war so ein feiner Abend Und das musst du das kaputt machen Weil du so einem Blödsinn sagst Andy Ich hab da gerade Substanz verabreicht Die nennt sich Tetroproduxin Das wird aus den Eierstöcken vom Kugelfisch gewonnen Na ja Egal Auf jeden Fall wird's in kurzer Zeit Das Nervensystem lahmlegen So viel steht fest Warst du in letzter Zeit so oft im Kino? Wieso solltest du sowas tun? Weil das die einzige Möglichkeit ist Aus einem verlogenen Arschloch wie dir Die Wahrheit rauszukriegen Ist ja verlogen Was für Wahrheit Pass auf Ich stell dir jetzt eine Frage Ich stell dir eine einzige Frage Und wenn du die aber nicht In den nächsten 15 Minuten Wahrheitsgemäß beantwortest Dann baba Wenn du mir was sagst Was ich wissen würde Das sind in 10 Minuten da Dann sag ich alles Was notwendig ist Die spritzen daran Das Zeug Was den ganzen anderen Idioten spritzen Die glauben sie müssen sie daheim Truppenfisch züchten Kugelfisch Nervengift Glaubst du du bist der James Bond? Wo willst du das überhaupt herhaumen? Na 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 ich geh Servus Du gehst In Wirklichkeit spürst du das doch eh schon Du bist verrückt Ich bin nicht verrückt Ich bin nicht verrückt Kannst deine Beine nur nochmal bewegen Ich seh das doch schon Komm jetzt setz dich hin Setz dich solange du noch kannst Schau was du da jetzt spürst Ich hab mich doch da genau erkundigt Oder besser gesagt was du nicht mehr spürst Das ist ja erst der Anfang Dieses Kribbeln in den Fingern Das Taubegefühl Das Muskelzucken Dann werden langsam die Beine taub Und die Arme werden taub Und irgendwann kannst du dich gar nicht mehr bewegen Und was witzig ist Du kannst dann irgendwann einmal gar nicht mehr reden Und dann kannst du einfach immer noch ganz schön lang da haben Na 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 Du willst mich verarschen Was willst du jemand wissen von mir? Das weißt du doch ganz genau Nein das weiß ich nicht sonst hätte ich dich auch nicht fragen Seit wann Seit wann Seit wann was? Seit wann vögelst du meine Frau? Du spinnst Ich tät doch nie Wir sind Freunde Was? Wo sind wir? Freunde? Ja Ungefähr noch 10 Minuten Ja Ungefähr noch 10 Minuten Das heißt das Hirn Sagt zwar Bein Bewegt dich Aber die Information die kommt dort unten gar nicht mehr an Ist sowieso arg oder? Peter Peter Ich hab mit der Karin nichts zu tun Seit wann? Ohpala Ohpala Ich hab mit der Karin nichts zu tun 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 Und jetzt? Und jetzt will ich das dämmeln Du Hilfe! Es ist schon zu! Hilfe! 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 Saatlan Silvestre Greif Silvester, ich werde dich verletzen. Ich werde dich verletzen. Wie soll ich es tun? Peter! 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 Bitte, geh auf die Ritter! Geh auf die Ritter! Du hast es versprochen! Ich hab gelogen! Wo ist nichts drin? Mit dem Schnaps, wo ist nichts drin? Mit dem Schnaps, wo ist nichts drin? Wieso? Peter, wieso? Geh bitte! Du warst doch immer schon ein Hüppach runter! Dein ganzes Leben warst du ein Hüppach runter! Ich hab doch gleich gewusst, wenn du genug Alkohol intus hast, und dann glaubst du mir alles! Du hast mir echt glauben lassen, dass ich sterben muss! Ja? Du willst du uns, dass du weiterleben wirst? Ist doch schön! Du bist so ein Arschloch! Nehmen wir ihn an! Du hast ihn, wo hast du? W-W-W-W-W-Welken Du bist so ein Arschloch! Ich werde dich wiederholen. W-W-W-W-Welken Du bist so ein Arschloch! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.